Oh, jetzt zieht er mich ab hier mit seinem Ring. Jetzt zieh ich dich. Ich hab schon ausgemacht, bitte, dann müssen wir wieder... Ey, passt schon, ich kann hier sowieso nicht ziehen. Ich kann hier nicht raus, zu beiden Seiten hab ich welche. Ja, da hast du ein Problem, mein Freund, du kommst nicht durch meine Panzerhock, komm her, du Karin kaputt. Ja, 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 wo willst du hin, hä, wo willst du hin? Ich hab dich nur gefahren. Oh, mein Gott, Alter. Was ist los? What the fuck, Alter? Super, was soll ich machen? Ich muss noch so kommen. What the fuck, Alter? Ah, markiert. Was? Was? Belastet. Rechts ist ein IS-irgendwas, keine Ahnung, aber es ist tot. Hat keinen Motor und brennt. Es ist ganz tot. Okay. Also ich glaub, da ist nix mehr. Nee. 88 hätte das Feld... Also ich glaub, da ist nix mehr. Bleibt noch einer. Die IS-2-Wir schossen, das war nicht, die auf die ich geschossen hab. Interessant. Sudden Change of Integro. Ich glaub, dort oben was. Ja, könnt ihr mir vielleicht... Ich bin immobil. Ich auch. Ich glaub, ich leider nicht. Skipping the button, Dad, I... Aber du scheinst die Situation ja ganz nicht um Kontrolle zu halten. Das war so knapp. Wieso hab ich das Gefühl, dass ich sofort tot sein werde, wenn ich mich auch nur dieser Brücke näher. Drutlich und grandfather. Ich glaub, ich glaub! Mein Hu. Schade! Ese muss ich nichtest, Alter! now that's a lot of damage Ich put a whole bag of Jelly Beans up my ass. Das zum Fick macht doch mal das Unterzeichen. Das ist die Adresse. Klar, denke ich auch immer, wenn ich und zu ihr. Das ist die Adresse. Das ist die Adresse. Gott-like! Chrombrill, Chrom not so well. T-3, 4, 5, 5, 10. Das wollte ich jetzt mal in meinen Arsch bewegen. Oh oh, das ist das am Ende, ich sehe ihn zwar, aber er hat ihn auch bewegt. Und er schießt einfach mal anders drüber. Das ist belastend, das ist ganz belastend für ihn. Es war wirklich dein hinten da noch einen rein. Oh no 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 no. Also ich bin dann jetzt da an der Luft unterwegs. Ja, das war mal. Ich versuche mal hier zu nehmen so ein bisschen zu. Guck mal den Killfeed. Das ist nicht richtig Premium. Ich bin schon mit dem Video. Das ist jetzt aber auch geil. Das ist ganz klar, wenn ich relativ schnell bin und dann halte ich mir noch an die Tür zu lassen. Hey! Stop it! Das ist einfach zu geil, oder? Das ist einfach zu geil. Also das war jetzt schon... Da hat er bestimmt zwei Gesamtsempfe gebraucht für die Aktion. Hallo! Wie sind die drei Mäuse? Oh, ich will auch... Hehehe, boah... Oh Gott! Help me! Ja, nee, das können alle heute sein, von meiner Instanz auch. Hack! Dankeschön. Ich fahre ihn gerade... Oh mein Gott! ...umher. Oh! Wow! Oh! Die war direkt neben mir, der wollte mich erschießen! Da willst du bleiben, auch wenn die Runde dich gerade so salzig gemacht hat? Jo... 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 Merkt man! Steinshéro! Jo... A ho-ho-oh-ho-hooooooooh! Tu... TKO. Jaa... Hel haz jetzt ein Aktionen... Hey, what happened? Achso. Ach, der Churchill möchte dich übrigens da runterlassen, mal für Seil und wieder hochziehen, ne? Ja. Das ist schlecht. Das reicht, glaube ich, aber nicht ganz. Können die doch neu wickeln, so ist das ja nicht. Oh, oh. Hat der neben mir gesossen? Geht direkt vor mir. Ineinander. Oh, danke schön. Du Hurt, Kitto. Oh, der ich, mein Kollege. Oh, Hurt, ich hoffe. Ansonsten kann ich auch weiter krebsen. In, ja. In, ja. Also, mein kleiner Bruder spielt keine Computerspiele mehr. Er schaut jetzt im Netz Leuten zu, wie sie Computerspiele spielen. Das wäre ja wie ein Spot gucken, in dem jemand ein Pick-up ist. Wäre ja beknackt, ne? Ah, fickt euch doch einfach alle ins Knie. Ja, fahr mal bitte vor. Deswegen, deswegen, bitteschön. Oh, Mann. Aufnehmen, aufnehmen. Einfach aufnehmen, bitte. Tschö. Bye, guys. valid. LYNero